Das Video, das ich mir gerade angucke, heißt Schrilles buntes Hamburg, stammt von der Band Ketka und wurde zu ihrem letzten Album zwischen den Runden veröffentlicht. Das ist so gesehen jetzt nichts Besonderes, aber jetzt kommt der Kracher. Ich spiele in dem Clip nämlich selbst mit. Das war eigentlich ein Zufall, denn mein guter alter Kumpel Videoclip-Star-Regisseur Dennis Dirksen hat mal einen preisgekrönten Kurzfilm gemacht, in dem ich einen Drogi spiele und den hat er dann umgeschnitten für dieses Video. So kam es, dass ich in einem Ketka-Video mitwirkte, ohne die Band und ihren Chefe Markus Wiebusch je vorher kennengelernt zu haben. Nach vier ziemlich erfolgreichen Alben, unzähligen ausverkauften Konzerten und seinem aktuellsten Plan, seine erste Solo-Platte aufzunehmen, wie vorhin schon Label-Mitinhaber T.S. Ullmann, wird es also langsam mal Zeit, ihn persönlich kennenzulernen. Sag mal, wo wir genau sind eigentlich, Markus, hier. Das ist die Ottensener Hauptstraße, das ist die durchgentrifizierte Hauptstraße von Ottensen, wie man auch unschwer erkennt an allen Geschäften. Und es ist ein Viertel, in dem ich seit zehn Jahren hier lebe. Okay. Und es ist so der westliche, attraktive Teil von Hamburg, sag ich jetzt mal. Sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund leben hier noch und auch eine ganz tolle, eigentlich ganz tolle Bevölkerungsstruktur. Nur das Problem ist halt, dass es wahnsinnig teuer geworden ist. Wahrscheinlich von überall in der Stadt. Genau. Und da hast du es aber relativ zentral zu den ganzen Shops und der Mall und so hier. Ja, die Mall, also da gibt es halt ganz gute Cafés eigentlich auch. Ich wohne halt 30 Meter von der Fabrik weg. Das ist so das Kulturzentrum aus den 70ern noch was übrig geblieben ist, was echt ganz toll ist. Ja, aber ich bewerte die Viertel nicht danach, ob ich jetzt hier in H&M shoppen kann oder naja, ob ein Starbuck in der Nähe ist. Aber es ist so ein echt ganz gutes Glück, Viertel. Aber es gibt so eine, wie soll ich sagen, so eine Ursprungsgegend, wo du dann herkommst aus Hamburg oder ist es so Hamburg-Mitte? Ja, ich komme, die, die wir aus Hamburg kennen, die Hamburg kennen, die werden jetzt auflachen, ich bin auf der Viertel groß geworden. Viertel ist ein, damals ist ein totaler sozialer Brennpunkt gewesen, mittlerweile geht es, das ist im Süden Hamburgs. Nämlich ungefähr da. Das ist ein H, das wird da gewesen. Sozialer Brennpunkt? Ja, ja. Das ist, Viertel ist so 75 Prozent Ausländer. In den vierten Klassen wurde zum Teil türkisch unterrichtet. Und da bin ich dann halt in Willensburg, dann halt, hab ich dann Abi gemacht und dann bin ich, als ich dann die Kurve gekriegt habe, bin ich dann hoch nach St. Pauli. Aber macht einen das dann irgendwie, also hat das, inwiefern hat das einen Einfluss, wenn man in so einer Ecke groß wird? Ja, schon, wenn man sich immer ein bisschen so ein Aufenthalter fühlt, tatsächlich. Also, wenn du sagst, dass halt, wenn du dann da auf den Störtebäcker und die Flora auf die Konzerte, auf die Punk-Hardcore-Konzerte gegangen bist, ich habe damals auch noch in Harbo Konzerte selber organisiert, damit da überhaupt noch was ist, aber da bist du schon der, und wo musst du jetzt noch hin? Ja, ich muss auf die Viertel. Weißt du, wie siehst du? So krass. Das ist ein geflügelter Wort, ja. Das ist schon so ein ganz merkwürdiges Viertel gewesen. Auch wenn Viertel jetzt nur fünf, sechs Kilometer weg ist, ist es durch die Elbe, ist es südlich der Elbe und da bist du halt tot. Also, da bist du halt nicht mehr, da nimmst du halt am kulturellen Leben eigentlich nicht mehr teil. Warum waren deine Eltern in Viertel? Ähm, wir waren nicht so viel Geld. Okay, ja. Gibt's ja auch, ganz normal. Ich bin ohne Vater groß geworden und meine Mutter war alleinerziehend. Und die Geschichte. Du hast ja noch einen Bruder, der auch in der Band ist. Und gibt's noch mehr Geschwister, oder? Nee, wir beiden. So viel ich weiß, aber wie gesagt, ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Nie kennengelernt. Das ist krass, finde ich. Das ist echt krass. Also, hast du denn, also bist du so jemand, der dann so nachgeforscht hat, oder mal wissen wollte, wer das ist, oder? Ähm, geht so. Mein Bruder hat, mein Bruder hat dann halt, als mein Vater gestorben ist, ist er nach Sambia, der ist ausgewandert nach Sambia, ist er dann hinterher. Und man hat dann mal was versucht rauszukriegen, aber ich habe dann schon relativ früh auch irgendwie... Keine Lust gehabt, mich nicht mehr damit zu beschäftigen, so. Genau. Als ich hierher gekommen bin, war das irgendwie so eine coole Ecke, so und jetzt ist es einfach nur so ein Klotz, oder wird ein Klotz, aber naja. Das ist viel so hier wahrscheinlich in den letzten Jahren. Aber, naja, wir sind selber schuld, wir Künstler, wir hätten ja nicht hierher ziehen müssen, die würden ja nicht cool machen. Genau, ihr hättet sie nicht cool machen müssen, und dann wären jetzt auch. Also, diese Gentrifizierung ist jetzt immer so stumpf, wenn man sagt, oh, guck mal, wie blöd das hier geworden ist. Mein Gott, wir sind die Motoren dieser Entwicklung, oder wir, ja, die kreativen Künstler, die wir in die coolen Cafés wollen und so. Um diesem Trend wirksam entgegenzuwirken, bin ich extra in eins der langweiligsten Dörfer der Welt nach Königswinter-Thomasberg gezogen und hänge jetzt hier ausschließlich im uncoolsten und einzigen Café im Dorf ab, total gemütlich in der Tanke. Man kann ja die Uhr nachstellen, wer jetzt als Viertel, als nächstes dran ist, und dann ziehen da alle wieder hin und in fünf Jahren. Was ist hier das nächste Ding dann? Wahrscheinlich Willemsburg. Willemsburg. Und Bahnfeld, aber Bahnfeld ist jetzt schon auf, Bahnfeld ist jetzt schon gerade so mittendrin. Und wird Viertel auch mal irgendwann? Das ist eine gute Frage, ich glaube, aber nicht, weil das hat diese Weimarer Republik Rotklinker-Gebäude. Da ist nichts Cooles so, das kriegst du nicht cool. Viertel kriegst du nicht cool. Wer weiß, wer weiß. Du kriegst die Viertel nicht cool. Also aber diese Gartengeräte, das sind nicht deine, oder? Nein, nein. Nein, okay. Super. Aber es ist komplett, also ganz normal, ist das so ein Hauskeller? Ganz normal, ganz normal, ein Hauskeller. Ah. Und dann bin ich hier. This is where the magic happens. Okay. Nichts unordentlich machen, ne? Hm? Nichts unordentlich machen. Nein, nein, würde ich nie machen. Ich muss mich erst mal von dem Schock erholen, dass auf diesen 3x3 Hauskeller-Metern einige der fettesten Catguides entstanden sind. Das ist Graceland, Baby. Keiner wird erwachsen. Die kleinen, dicken Kinder auf der Suche nach Kuchen. Graceland, Baby. Alles toll oder lang. Nur die halbe Welt wartet auf den nächsten Öffenschwung. Und das ist also dein eigenes Studio in dem Fall? Ja, das habe ich gemietet und das habe ich natürlich nur für Orten so nach Verhältnissen, ein Bruchteil, setze ich doch. Ja, okay. Ja, das habe ich nichts und hänge hier ab. Jeden Tag. Bis ich, solange ich kann. Jeden Tag? Jeden Tag. Außer Wochenende, Samstags. Also im Prinzip schon wie so eine, also schon eine Tagesstruktur fast. Ja. Also für Musiker auch nicht unbedingt so üblich. Ja, das Ding ist, du musst immer, wenn ich mein Tag strukturiert, sich immer auch so, ich komme hierher, mach, mach, mach. Und dann muss ich halt, wenn ich merke, es geht nicht mehr, gehe ich rum und gehe auf Ideensammlung oder mache auch gar nichts. Oder kümmer mich um die Jungs. Also so Geschichten. Aber ich bin, versuche schon, gegen dem langläufigen Klischee, dass man irgendwie so, ja, die Muse küsst einen schon irgendwann irgendwo. Ich versuche schon eine Struktur reinzukriegen, jeden Tag am Werk zu bleiben. Jetzt gerade jetzt, wo ich auch mein Solo-Album mache. Genau. Also so als Chef, ja, von diesen Musikern, ja. Also ist das schwierig, also denn zu sagen, hey Leute, ihr müsst euch mal überlegen, wie ihr zwei Jahre eure Brötchen verdient? Wegen der Verantwortung, meinst du? Ja. Ja, es ist schon nicht ohne, muss ich ganz klar sagen. Aber die einzelnen Musiker, wenn du sie durchdeklinierst, haben natürlich auch andere Bereiche, in denen sie halt ihre Interessen haben oder ihr Leben hinterziehen. Mein Bruder hat zum Beispiel die Fischräucherei von meinem Großvater geerbt. Geil. Und ist da jetzt halt, mein Bruder macht halt einen Fisch und einen Rock. Super geil. Und Fieten gibt weiter Schlagzeugunterricht, Erik turnt immer auf ganz verschiedenen Vorstellern rum und dreimal ist halt beim Grand Hotel auch noch, ne? Mhm, genau. Aber wie gesagt, es ist das, so doof es auch klingt, also ganz ehrlich gesagt kann ich als Künstler, und das ist ja das Wichtigste, was ich mache in meinem Leben, da auch ehrlich gesagt nicht so ganz viel Rücksicht drauf nehmen. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich bei einer Sache bleibe als Künstler, von der ich nicht 100 Prozent überzeugt bin und dann also aus so einer Art sozialen Verantwortung da dann halt bleibe, obwohl ich nicht so richtig das spüre. Ja, da gibt es wahrscheinlich auch einige. Es gibt nur eine Sendung, die ich im WDR noch geiler finde als die hier. Tiere suchen ein Zuhause. Ah. Das sieht so süß aus. Ah, hier. Oh, hier. Ist auch eine sehr freundliche Art. Sehr stürmische ist es, genau. Temperamentvoll und ja. Gut, dass ich ihn an der Leine hatte. Habt ihr sowas auch im Fernsehen hier, wo so Tiere im Fernsehen... Oh, da darfst du mich nicht fragen. Also ich bin, also beim Fernsehen, also ich gucke nur Serien. Und sonst, und die Tagesschau. Meine absoluten Lieblingsserien, die kann ich noch nicht mal im Fernsehen gucken. Das sind so The Wire, Breaking Bad, Sopranos, wo diese epischeren, größeren Serien gibt. Das ist so mein Style. Aber ja, ich gucke auch Horror mit Your Mother und Lost und all das. All das. All das, was so rumkäut. Machst du so Urlaub, klassisch? Ja, aber seit ich die Jungs habe... Familienurlaub. Man muss sagen, es ist so relativ klassisch. Ich war jetzt das zweite Mal hintereinander. Nenn mich Spießer. Auf Sylt. Nein, im selben Hotel in Kroatien. Naja, okay. Aber es ist irgendwie toll. Also ich finde das mit den Jungs da... Also brauchst du im Grunde noch mehr so ein Familienurlaub, brauchst du ja nur so ein Pool. Und die Jungs schmeißt du rein. Und dann hast du halt zwei, drei gute Bücher und dann hoffentlich gutes Werk. Raffen die eigentlich, was du machst schon so ein bisschen? Ja. Ja, die wissen das schon, ne? Zehn und sechs ist ja eigentlich auch, ja. Kriegt man es schon mit. Finden die es cool? Ja, noch finden die es cool. Noch. Das ist ja echt nur meine Urangst in dieser ganzen Scheiße, dass ich irgendwann mal vor meinen Jungs dastehe und sehe, oh nein, Papa, musst du jetzt die Musik machen? Oh, das ist ja voll, in der Klasse haben sie schon gesagt, das ist ja voll, Edchen. Und dann stehe ich da und da habe ich tatsächlich Angst. Deswegen strenge ich mich so an, coole Musik zu machen. Wenn der Tag nicht kommt, wo die Jungs dann sagen so, oh nee, ey, das darfst alle wissen, dass du da mit Musik machst. Ich meine, hey, du machst ja keine Volksmusik oder so. Ja, aber weißt du, wie schnell das ist in den Kategorien von so 14-Jährigen cool oder uncool. Da kannst du entweder, was ist denn so uncool? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie eine uncool im Mensch sein oder du bist halt Kraftklub oder irgendwas Heißes. Das ist aber eine gute Motivation, finde ich. Ja, total. Also Frauen sind es nicht mehr. Nee, wenn man so lange verheiratet, sind es die Frauen nicht mehr. Ich kann euch jetzt hier nichts anmachen, dann würde ich meine besten, glühendsten Geheimnisse verraten. Ja, mach doch von der EP irgendwas an, was schon fertig war. Ja, damit wir zumindest mal so ein bisschen was hören. Dann gehe ich immer auf Spotify. Ja, gehst du selbst auf Spotify. Und gucken, ob sie das da haben. Guck mal, das ist das zum Beispiel analoger Song. Richtige Bläser. Ist das komplett hier entstanden? Ja. Also das Demo war schon sehr, sehr, sehr weit. Also die Bläser setzen und so, das macht mir halt total Spaß. Und das mit den technischen Mitteln, die sind ja schon so weit heutzutage. Ist ja echt wirklich relativ weit getrieben. Der Song hat Tim Neuers produziert und da habe ich halt, haben wir halt viel hin und her geworfen wegen Schlagzeug. Aber die hat eigentlich das gesamte Grundarrangement gelassen und hat auch immer gesagt, das ist, das muss alles analog und das ist total geil und Bass muss her und bla bla bla. Gab es denn jetzt eigentlich schon von den Leuten, die immer schon CatGuy waren, also so den Fans, gab es dann schon so Stimmen, die dann gesagt haben, können wir das mit anfangen oder so, alter, bleib mal bei deinen... Ja, es ist tatsächlich gerade so, dass sehr, sehr viele Leute das sehr, sehr gut finden. Oder sagen wir mal so, sie hören, was ich mir auch erhofft habe, so eine relativ frische dabei. Dass ich halt was anderes mache, dass ich halt mich ausprobiere und dass ich halt vielleicht auch noch was zu sagen habe. Weil man darf ja bei dem ganzen Musikquatsch immer nicht eine Sache außer Acht lassen. Die relative Stärke von CatGuy ist, glaube ich, oder mir, ist halt, dass ich halt so Texte, dass ich textlich halt, glaube ich, ganz gut dabei bin. Wo glaubst du, kommt das her eigentlich? Also wo hast du das so für dich festgestellt, dass du textlich dir tolle Sachen ausdenken kannst oder Sachen, die halt Leute berühren? Bei mir war das halt ganz früh schon in der Schule, da muss man ja ganz klar sagen. In der Schule? Ja, gut in Deutsch und dann auch in der Interpretation von Gedichten, da war ich eigentlich ganz gut. Da bin ich mit dem Jonas von OK Kid von ein paar Tagen gequatscht und er hat dann gesagt, er hat für einen Song zwei Jahre gebraucht. Ja, ja, genau. Gibt es sowas? Das kenne ich dir auch. Das kenne ich total. Krass, kenne ich total. Ich kenne sogar, das ist der richtige Moment der Verzweiflung, wenn du für Zeilen Wochen brauchst und du weißt genau, ich bin, ich hab's noch nicht, ich hab's noch, was ist denn hier los? Und du ackerst und ackerst, du gehst unter die Dusche und überlegst, du schließt abends ein und überlegst und es geht weiter und weiter. Und du weißt, man hat sowas wie so ein Ziel, so ein künstlerisches Ziel und wenn du da nicht hinkommst, dann bist du verrückt. Und es fehlen bei manchen Songs auch nur Zeilen, weil das Wesen vom Pop-Storm ist ja die totale Reduktion. Du musst ja immer nur reduzieren, immer nur reduzieren und in diesen reduzierten Sätzen muss es halt knallen und wenn du da nicht auf den richtigen, wenn du es da nicht triffst, dann bist du verrückt. Hamburg, alte Lady. Herrlich. Herrlich. Kommst du hier so hin? Also ich meine, oder ist das... Nur für Tourist. Nur für Tourist. Wie mich, ja. Geil. Ja, danke, schön. Was ist so, was Hamburg angeht oder so, hast du da so, was ist so deine Verbindung sozusagen? Also außer, dass du jetzt hierher kommst, gibt's da tatsächlich so, daran gefühlsmäßig sozusagen? Ja. Also diese norddeutsche Art, die liegt mir total. Mhm. Also ich finde Hamburger... Also das klingt jetzt so ein bisschen doof, so durch den Hafen und so ist das schon eine sehr, sehr weltoffene Stadt, aber die Hamburger sind auch erstmal so, du bist du und ich bin nicht und das gucken wir erstmal so. Die fallen einem nicht um den Hals, so wie ich sag jetzt mal manchmal Kölner. Die fallen einem nie um den Hals. Ey, was soll das? Stimmt diese Geschichte eigentlich, dass das erste Platte, die du machen wolltest, dass es keinen Abnehmer gefunden hat und deshalb ist das Label entstanden? Genau. Ja. Kein Abnehmer in relativer sinnlich Hinsicht, insofern, dass das auch die Gespräche und Angebote waren absurde schlecht. Und dann hat man halt irgendwann gedacht, so komm, hör auf. Aber im Grunde genommen haben wir keinen Deal bekommen, den wir hätten unterschreiben können. Okay, und dann habt ihr Grand Tell gegründet? Genau. Aufgrund dieser Geschichte? Genau. Mit T's zusammen. Woher kanntet ihr euch eigentlich, T's Ullmann, du? Von 96 habe ich das erste Demo geschickt gekriegt und dann habe ich die eingeladen, mit Buddy Live zusammen zu touren. Und dann haben wir uns angefreundet. Ja, das war, bei T's ist ja, bei Tom T's ist ja ganz interessant, die waren ja mit einem Fuß im Punk und mit einem Fuß in der damaligen Hamburger Schule. Ja. Und haben dann halt immer so, da so oszilliert dazwischen. Und ich fand das T's eigentlich immer, ich mein, du kannst ja nicht vorstellen, wie schlecht der früher gesungen hat und so. Und wie schlecht der Gitarre spielte, das war alles so ein Geholper. Also ungefähr so. Die Schönheit der Chance, dass wir unser Leben lieben, so spät es auch ist, dass es nicht die Sonne, die untergeht, sondern der Mond. Und la 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 la. Aber es war irgendwie so geil, wie er geperformed hat. Irgendwie habe ich ihn halt auf mein damaliges Label geholt. Und dann ist dieses Label, mit T's am Label, zu Grand Hotel zusammen. Ein sogenannter Merger. Ein Merger. Ein riesen Merger. Das ging da stark auf. Braucht ihr denn die Kohle her? Ich mein, das kostet ja ein bisschen was, oder? Die ersten 15.000 haben uns geliehen. Von meiner Mama. Von deiner Mama? Geil. Immerhin, was macht deine Mutter, dass du dir 15.000 leihen kannst? Die hatte die. War herzig. Die hatte die. Die hatte die. Die hatte die irgendwie. Mama, ich hab ne super Geschäftsidee. Könntest du mir 15.000 Euro leihen? Na hör mal, bist du bekloppt? Ich will selber ne Plattenfirma gründen. Ja, die hat natürlich geerbt von meinem Großvater. Okay. Und hat das uns zur Verfügung gestellt. Hat es relativ zackig zurückgelegt, weil die erste Katka natürlich gleich sich amortisiert hat. Und dann ging es Schlag auf Schlag mit T's. Und dann hatten wir einfach, ja dann hatten wir eigentlich keine Schulden mehr. Cool. Und ist das inzwischen, also ist das, also, weil ihr habt ja echt ne Menge Veröffentlichungen, was ich so mitbekommen habe. Also ist das so ein, übertrieben gesagt, so ein Plus Minus, weil gerade heutzutage so Musikszene schwierig und hin und her. Oder ist das wirklich so, dass ihr ordentlich davon, also wo steht dein teurer Wagen und so? Ne, also wir drei Geschäftsführer, wir zahlen uns nie was raus. Nie, ne? Nie. So was hab ich mir gedacht. Also wir müssen immer dann, also gegebenenfalls die Löcher. Wir hatten schon gute Phasen, ne 2005, so mit dem zweiten Katka-Album. Und dann kam auch 2006 das nächste von Tees, von Tomte. Da hatten wir auch Beträge, wo hätten wir uns mal was auszahlen können. Aber haben wir nie gemacht, sondern haben immer gewusst, das geht doch eh ja jetzt immer weiter den Bach runter. So ist es doch gekommen. Und dann haben wir halt uns immer nichts ausgezahlt und immer versucht, das Label weiterzuhalten. Hast du aber so komische andere Jobs gemacht? Also ich meine so rumgejobbt mal, musst du auch mal gemacht haben, oder? Klar. Achso? Was hab ich am längsten gemacht? Ich war immer im Asylbewerberheim für unbegleitete, afrikanische Flüchtlinge, Jugendliche. Da hab ich die Nachtschichten geklappt. Das war auch zu einer harten Phase, so 92, 93. Da hab ich mein Studium, meine Musik so finanziert. Das war der Anfang von Butterlife. Und ja, bis ich von Butterlife leben konnte, ich weiß nicht, ich war vielleicht 95. Den Job hab ich schon zwei, drei Jahre gemacht. Da haben wir alles Mögliche. Alles. Alles. Post morgens um halb fünf. So Postbote? Nee, so Briefe. Sortiert. Ja, ja. Was hab ich noch gemacht? Ich hab ja den einzigen Job, den ich jemals geschmissen hab, war so ein Kühllagerjob. So ein Disponent mit so einer Rollarmeise rein, minus 40 Grad raus, plus 35. Nur Russen, nur Jugoslawen, die geackert so, auch alle so Stierköpfe, Nacken und immer nur stumpf gemacht. Um Fehler bei der Tiefkühlkost zu vermeiden, haben sich die Hersteller und alle an der Verteilung der Ware beteiligten Firmen im Deutschen Tiefkühlinstitut zusammengeschlossen und Richtlinien für Tiefkühlkost gegeben. Das ist halt das Musiker, ne? Genau. Hand in den Mund, kannst nicht davon leben, musst alles Mögliche machen. Aber hast du durchgezogen, also das war dir entscheidend wichtig genug? Ja, genau. Mhm. Aber ich finde das auch irgendwie, gerade wenn man jetzt aus heutiger Sicht das sieht, so wie sich das da in den 90ern für uns angefühlt hat, so gejammert. Also ich fand das immer sehr schlimm, wenn Leute so gejammert haben, dass sie Musik machen und so und dass sie davon nicht leben können. Ey, da hast du nicht zu jammern. Das ziehst du durch. Das muss so sein. Du ziehst es durch oder du lässt es bleiben. Weil dann sagen wir, das ist totaler Spaß. Das ist schon cool. Das ganze Grand-Hotel-Umfeld, die ganzen Kettger-Leute. Mein bester Freund, alle wohnt in Hamburg. Das ist halt schon so auch das, was man so nennt so Heimat, weil man, ich definiere Heimat ja nicht über so nen Ort oder so, guck mal, wie schön das hier ist, sondern da, wo deine Leute sind und deine Familie. Also diesen Satz hier, pack mich auf ne Eisscholle mit meinen Familien, mit meiner Freunde, diese Eisscholle wird meine Heimat. Das gilt auch für mich. Aber jetzt bin ich jetzt so lange hier in dieser Stadt und hab, ja meine ganzen Freunde sind hier und werden auch nicht gehen, bis auf Tees, sodass hier halt mein Zuhause ist. Das ist ganz lustig. Ich hätte dich eigentlich so für einen zurückgezogenen, introvertierten Typen gehalten so ein bisschen. Also wenn man dich so, weißt du, so von der Bühne, nur von der Bühne kennt, denkt man das leicht, finde ich. Kannst du das nachvollziehen, warum? Ja, wahrscheinlich auch in den Texten so. Ja. Ja, ich hab oft die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die Art, die ich texte und das Bild, was ich so dann halt, zum Beispiel wenn ich zum Fußball gehe oder so, nicht synchron kriege. Ich gehe halt also regelmäßig zum Fußball und die Leute kriegen das nicht synchron. St. Pauli? Ja, ja, ja. Herr Pauli, oder auch wenn ich so ganz normal aufgehe, so abends, kriegen die das oft nicht synchron. Aber mein Gott, damit muss ich leben. Michael, jetzt konzentrier dich doch mal. Also wenn wir die Wurzel des 48 hier ziehen und das mal vier... Naja, bei mir würde auch keiner ahnen, dass ich im wahren Leben noch meiner gesamten Nachbarschaft Mathe-Nachhilfe gebe. Also wir machen nur eine halbe Stunde Brüche und dann müsstest du eigentlich alles drauf haben, was du drauf haben musst. Guck dir mal die 25.000 an. Was kann man denn damit alles machen? Es gibt halt diese lyrische Kunstfigur, wenn ich von ich spreche, die halt verschiedene Sachen durchdekliniert für mich. Und dann gibt es halt den Typen, der besoffen beim Fußball rumgrölt. Und wenn du jetzt so, also jetzt sagen wir mal angenommen, deine Kids hier, die kommen dann irgendwann und sagen so, Papa, ich finde das super. Ich meine, du hast mir gerade schon erzählt, einer spielt Fußball schon ganz leidenschaftlich und so und Star Wars Fans und so und so weiter. Aber wenn die jetzt ankommen würden, sagen wir machen auch Band, wir wollen auch das gleiche machen wie du, so, fändest das cool oder eher so? Oh, weah. Finde ich super. Finde ich super. Finde ich super. Tatsächlich habe ich meinem Jungen auch schon mehrfach angeboten als Klavierunterricht. Ich leide heute noch darunter, dass ich nie Klavierunterricht hatte. Und ich habe ihm das angeboten, aber ich weiß ja, wie viele Neunjährige sind. Ich hätte lieber die Clone Wars Staffel 3, BVG. Dann können wir den Klavierunterricht doch lassen. Der interessiert sich tatsächlich im Moment nur für Fußball. Was soll ich denn dann zum Klavierunterricht schreiben? Was war denn, also zum Beispiel bei dir jetzt dann die erste Berührung, wenn du sagst, du hattest keinen Klavierunterricht, Gitarrenunterricht dann wahrscheinlich auch nicht oder so, was war die erste Berührung mit Musik selber machen? Ursprünglich habe ich ja so eine große Affinität zum Heavy Metal. Ich bin ja so mit, nachdem man das Bonnie M. und Vater Abraham so durch als Kind hatte, dann war AC DC so meine allererste riesige Leidenschaft. Und da hat mein Freund und ich, der hat so eine Akustikgitarre auf dem Schrank gehabt, die ist ja jahrelang verstaubt, bis wir dann AC DC entdeckt haben. Und dann haben wir gedacht, das kann so schwer nicht sein. Und dann haben wir uns halt die Noten da rauf geschafft. Und dann kannten wir jemanden, der jemanden kannte, der eine richtige Gitarre hatte. Der hat uns dann AC DC Riffs gezeigt und Jura's Peace beigebracht. Und dann habe ich mir auch eine Gitarre gekauft und er hat sich noch eine bessere Gitarre gekauft. Und dann saßen wir da zusammen auf der Bettkante und haben AC DC Riffs zusammengespielt. Und dann, das war das Feuer, das war der Funken. Und danach hat es mich nie wieder losgelassen. Das ist das Geilste am Punk so, ne? Du kannst, du musst nichts können. Denn ich weiß noch genau, dass es auch in unserer Schule gab es Leute, die konnten, die haben so richtig Unterricht gehabt und haben so Dings so. Und konnten eine Vollgitarre spielen und hatten so Schlagzeug und waren in der Schulband und haben so richtig adäquat gespielt und Unterricht und so. Und ich habe einfach nur in der großen Preis eine Flyer verteilt, wo meine damalige Punk, die vom Himmel fielen. Die vom Himmel fielen? Ja, wo wir denn jetzt schon wieder, welches Jugendzentrum wir jetzt wieder unsicher machen. Weil wir gekonnten hat nichts, aber wir sind auf die Bühne gegangen. Geil. Und Butter Live irgendwie, das war ja später auch ein komplett Punk. Genau. Die vom Himmel fielen, wie danach vielleicht auch suggeriert, war ein bisschen funk-orientierter. Ja. Wir haben tatsächlich auch Ärzte gekappert und so. Mhm. Ja, ich frage mich vor allem, wie dann sozusagen der Umstieg kommt von dem, also vom eher Punkigen, von der Punkigen-Ecke und dann in das, was du jetzt heutzutage machst. Ja. Weil das ja wirklich ein totaler Bruchfass ist, muss man fast sagen. Ich habe mich tatsächlich auch um 2000 rum auch als Mensch echt extrem gewandelt. Weil der Satzorn oder so, der war nicht mehr so da wie er... Wo kam der her eigentlich ursprünglich? Ich weiß es nicht. Ich war ein sehr, sehr zorniger Jugendlicher. Schuss, schuss, schuss. Vettel. Vettel, kein Vater. Zornig. War, ähm, also was meine Frau und meine Mutter auch immer gesagt haben. Ich bin auch ein ziemlicher Gerechtigkeitsfanatiker. Dass es auch deutlich milder geworden ist. Es gibt so Zeugnisse, wo drin steht von mir, dass ich mich für schwächere Mitschüler nach wie vor vehement einsetze. Das ging auch bis zur körperlichen Gewalt so. Ich war schon immer super hart. Mein Sohn und mein Großteil auch so. Völliger Gerechtigkeitsfanatiker. Also Leute, die kacke sind als auf die Fresse. Genau. Und dann natürlich im Großen und Ganzen. Die Welt ist ungerecht verteilt. Das kann nicht wahr sein. Wieso ist das so? Bla, bla, bla. Dann hab ich halt das Ventil gefunden. Punk. Die Texte, die Musik, der Krach. Ich bin überrascht darüber, wie gern ich Vater bin. Ich bin sehr gerne Vater. Also ich bin sehr, sehr gerne mit meiner Familie zusammen. Ich bin halt tourender Musiker und bin halt oft auch weg. Genau. Und merke natürlich auch oft, wie sehr sie mir fehlen und so. Aber ich hab dann natürlich die andere Leidenschaft, die ich dann halt danach gehe. Und das gehört halt auch dann dazu. Aber dieses Familienleben an sich ist auf jeden Fall heute besser, als ich je gedacht hab. Ist ja auch nicht so das klassische Musikerding unbedingt. Ja, also ich meine, ich kenne eine ganze Menge Leute, die dann eher so, hey, in jedem Hafen eine Braut und so weiter. Ich glaube aber, das hat auch viel damit zu tun, dass Leute auch diese Musik machen, als so eine bestimmte Phase in ihrem Leben definieren und dann halt irgendwann was Vernünftiges machen. Aber wenn du halt da Musik als den essentiellen Teil deines Lebens begreifst und das halt auch unbedingt willst und dann aber natürlich auch eine Familie willst, weil das ist das zweite Sache, die du unbedingt willst im Leben, Liebe und eine Familie, dann ist es einfach toll, beides zu haben und versuchen, deine Hut zu bringen. Und das ist nicht immer leicht, gerade auch, weil ich auch viel verpasst habe von meinen Jungs. So, wir haben ja zum Teil drei, vier Wochentouren gespielt, wo ich dann zurückkomme und denke so, oh Alter, jetzt habe ich das verpasst, jetzt habe ich das verpasst, wie beschissen ist das denn. Heilige Regel ist aber immer noch, ich darf während der Geburtstage der Jungs darf ich nicht auf Tour sein. So, und dann halte ich mich auch, aber ich versuche halt beide so einen Huf zu kriegen und das klappt ganz gut. Also, wie gesagt, ich bin ganz neugierig jetzt, was für eine Frage ich noch nicht gestellt habe, weil du hast gesagt, du hast die Sendung gesehen, ich hätte in jeder Sendung einmal, mindestens einmal die gleiche Frage gestellt und die habe ich dir noch nicht gestellt, den ganzen Tag noch nicht. Irgendwas mit Sex? Also, das ist ja sehr naheliegend, also die Frage stelle ich immer gerne so zu. Ne, ne? Nein. Das war es nicht. Anderen Berufswünschen? Wollt ihr einen kleinen Tipp geben? Ja. Kommen Sie mehr so aus dem häuslichen Bereich. Ob du kochst? Aber das habe ich noch nie gefragt. Das habe ich noch nie gefragt. Alle, alle. Ob die selber kochen oder was? Alle, ob sie denn auch kochen. Elmar, das ist mein Realisator hier. Sag mal, habe ich das jemals gefragt, ob die Leute kochen? Erinnerst du dich daran? Ich erinnere mich da auch nicht dran. Du hast eine andere Sendung geguckt, Alter. Dann guck dir mal Arnim an hier, ob er denn kocht. Bei Arnim? Du hast was anderes geguckt. Nein, nein. Du hast irgendwas anderes geguckt, glaube ich. Ja, ich koch manchmal. Du kochst manchmal? Ja. Kannst du das? Aber immer nur sonntags, weil in der Woche komme ich zu abgekämpften aus dem Studio oder von sonst wo her keinen Bock drauf. Und sonntags ist so mein Tag. Und dann ist das aber immer so immer nur nach Buch. Vegetarisch? Ja, immer nur vegetarisch natürlich. Und es ist so, dass ich keine Experimente machen kann, weil meine Jungs um 6 und 10, da ist es halt nicht zu scharf und nicht irgendwelche Gewürze, von denen sie noch nie was gehört haben. Ja, und dann gibt es immer Nudeln. Nudeln mit Senf. Natürlich, easy. Aber das nächste Mal werde ich die Frage mal stellen. Also in der nächsten Sendung, also dem nächsten Künstler. Achso, ich dachte mir. Ich konnte das natürlich nicht einfach so auf mir sitzen lassen und habe das am Schluss auch nochmal genau überprüft. Was soll ich sagen? Markus hatte nicht so ganz Unrecht. Kochst du selber eigentlich zu Hause? Also bist du fit im Kochen? Kannst du das? Auch nicht so, ne? Du bist so wie ich. Du schiebst ja auch so Pizzen rein. Ja, ja. Okay. Alleine für mich koche ich nicht. Das meine ich. Das meine ich auch nicht. Nur so, dann machst du auch für den Klassiker. Also haust du irgendwas in den Backofen? Nee, ich koche dann ja einfach meistens für mich und meine Tochter und sowas. Dann gibt es dann auch Nudeln mit Parmesan-Käse. Das meine ich. Okay. Alleine für mich. Gute. Hör. Du bist da. Bauche ich dir. Das. Die Wolfgang. Alles. Alles. Alles.